Du bist gefeuert. Mann, bist du irre? Du hast mich zu Tode erschreckt. Schöne Frauen sterben nur in schlechten Filmen. Was bist du denn für ein Spinner? Jetzt wird mir nicht gleich persönlich, Bella. Ich bin Denise, und du? Weltenbummler. Ja, so siehst du auch aus. Was machst du hier eigentlich? Das Gut kaufen? In den Klamotten? Bist du immer so oberflächlich? Hey, jetzt bist du aber persönlich. Was willst du hier eigentlich? Vielleicht bin ich ja ein Immobilienhai. Und ich hab Lust, hier einen Abenteuerpark zu bauen. Vielleicht bin ich aber auch nur ein gefallener Engel. Vielleicht hast du aber auch einfach nur einen Knall. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Ich nehme an, die Arbeit ruft. Lass das mal meine Sorge sein. Okay, Chica. Dann erzähl mir doch mal was über den Schuppen hier. Okay, Muchacho. Ich verdiene meine Brötchen aber nicht mit Quatschen. Kann ich kaum glauben. Ich muss los. Lass dich nicht aufhalten. Lass dich nicht aufhalten.